Er bekommt Hilfe. Gefährliche Flanke. Er köpft ihn. Der Ball ist drin. Nichts zu machen für den Keeper. Gucken wir nochmal drauf. Hier ist der Kopfballtreffer. Er ist gut hochgestiegen und trifft den Ball natürlich perfekt. Den macht er gut mit dem Kopf. Er springt im richtigen Moment hoch und macht den Ball rein. Die Chance per Kopf. Er macht das Tor. Klasse Kopfball. Ruben Castro. Forstschuss. Guter Wolli-Schuss. Kein weiteres Tor für ihn. Also zumindest in der Szene nicht. Und so langsam entwickelt sich ein Duell. Schussversuch. Fast die Führung. Der Keeper hat den Ball. Der war nicht platziert genug. Nichts zu machen. Da ist er noch dran. Aber der Ball geht trotzdem rein. Er setzt sich durch. Ruben Castro. Klatsch. Starr prallt er vom Pfosten zurück ins Spiel. Für manchen sah es nach Ecke aus. Tolle Flanke. Was ne Chance. Latte. Und da klärt er ganz fantastisch.